Erstmal herzlich willkommen zu dieser späten Stunde, um die Uhrzeit noch Wissenschaft sich angucken zu wollen. Das ist natürlich extrem löblich. Ich darf hier jetzt auch den letzten Vortrag halten und mein Thema wurde, wie angekündigt, wird sich mit digitalem Ungehorsam beschäftigen. Und da wir ja bei der langen Nacht der Wissenschaften sind, habe ich gedacht, wenn Wissenschaft richtig gut läuft, dann läuft es eigentlich so, dass ein Wissenschaftler am Anfang eine große Fragestellung oder ein Problem hat und dann einen Erkenntnisprozess hinter sich bringt. Und ich bin jetzt am Ende meiner Dissertation und deswegen habe ich im Grunde diesen kleinen Erkenntnisprozess, diese kleine Erkenntnisreise mitgebracht, um darzustellen, was ich eigentlich in meiner Dissertation gemacht habe. Erst einmal das Problem, mit dem ich gestartet habe. Und zwar hat es sich so dargestellt, dass im Internet immer mehr Techniken und Taktiken aufgetaucht sind, wo Leute den Begriff des zivilen Ungehorsams benutzt haben, gesagt haben, das ist eine neue Form von zivilem Ungehorsam. Und diese Beschreibungen, die haben meistens nicht besonders viel mit der theoretischen Debatte um zivilen Ungehorsam zu tun gehabt. Ich selber habe politische Philosophie studiert und in der politischen Philosophie ist ziviler Ungehorsam ein ziemlich viel diskutierter Begriff, weil es nämlich ein ziemlicher Sonderfall ist. Es geht nämlich immer um einen Rechtsbruch, für den aber eine Rechtfertigung beansprucht wird. Deswegen hat sich die politische Theorie damit ziemlich viel auseinandergesetzt und es gibt seit den 60er, 70er Jahren eigentlich ziemlich viele Theorien dazu. Und die Theorie auf der anderen Seite hatte ziemliche Berührungsängste, sich jetzt diese neuen digitalen Taktiken anzugucken. Das heißt, ich hatte auf der einen Seite diese ungehorsame Praxis, auf der anderen Seite die Theorie. Und die Idee meiner Doktorarbeit ist, diese beiden Seiten miteinander in Dialog zu bringen und zu gucken, okay, was von dem, was da tatsächlich passiert, hat etwas mit diesem politischen Konzept von zivilem Ungehorsam zu tun und andererseits, wie müssen wir vielleicht dieses Konzept überdenken, um es fit für das digitale Zeitalter zu machen. Jetzt muss man sich entscheiden, wie man dann diesen Erkenntnisprozess angeht. Ich habe mich dafür entschieden, erst einmal den Blick in die Praxis zu wagen. Das steht hier quasi für die Praxis, meine erste Station. Das ist all die Anonymous Maske, falls Leute von euch das nicht kennen. Es gibt aber, es ist quasi nur so ein Stellvertreter. Ich habe ungefähr 30 Fallbeispiele gefunden, die wirklich ganz, ganz unterschiedlicher Art sind. Schon in den frühen Jahren des Internets, so in den 80er Jahren, gab es schon ein paar interessante Beispiele, die ich mir da rausgesucht habe. Und insgesamt über diesen Prozess bin ich dann dazu gekommen, dass es im Grunde drei politische Ebenen sind, auf denen diese Fälle passieren. Und zwar einmal eine symbolische Ebene. Ein Beispiel, was ich da mitgebracht habe, ist eine Aktion, die heißt International Arms Trafficker Civil Disobedience. Das war 1996 eine Aktion von den Cypherpunks, wenn sie so eine Webseite initiiert. Weil es gab ein amerikanisches Exportgesetz, nachdem das Versenden von kryptografischem Code im Internet Munition darstellte. Das hat damit zu tun, dass Kryptografie vor allem aus dem Militär kam. Und deswegen war das Versenden über das Netz eine Straftat, weil es als Munition eingestuft wurde. Diese Seite verschickte einen ganz kleinen kryptografischen Code auf eine Insel und jeder, der wollte, konnte quasi über diese Website teilnehmen und seinen Namen darunter signieren und sogar dem Präsidenten in Amerika einen Brief schreiben und sagen, ich finde, dieses Gesetz sollte geändert werden. Wir müssen alle Zugang zu Verschlüsselungstechnologien haben, um unsere E-Mails zum Beispiel zu verschlüsseln. Das war so ein symbolischer Akt, weil es ging darum, dass Kommunikation hinzugefügt wurde. Es wurde nichts gestört oder so etwas, wie wir das aus anderen Taktiken kennen, sondern es wurde eben über Kommunikation etwas Symbolisches getan im Netz. Die zweite Gruppe, das sind dann schon eher disruptive und invasive Taktiken. Einmal die DDoS-Aktion, die man von Anonymous kennt. Was da technisch passiert ist, dass sehr viele Datenpakete an einen Server gesendet werden, bis der so überlastet ist, dass er keine anderen Anfragen mehr annehmen kann und eine Seite deswegen zum Beispiel nicht mehr aufzurufen ist. Es gibt aber auch einen schönen Fall, der sich schon 1984 zugetragen hat, nämlich zwei Mitbegründer des CCC, des Chaos Computer Club, haben damals den BTX-Hack vorgenommen und das war damals das Bildschirmtextsystem. Das ist quasi, ich war damals zwei Jahre alt, noch ein System, an das wir uns kaum noch erinnern, über das aber zum Beispiel Überweisungen getätigt werden konnten und die haben den Account der Hamburger Sparkasse gehackt damals und Geld auf den Account des CCC übertragen, um zu zeigen, wie unsicher dieses System ist und das war natürlich ein Rechtsbruch, was sie damit begangen haben. Genau, das war einer dieser ersten Fälle, die invasiv waren, weil sie haben sich in dieses System gehackt. Ein dritter Bereich, in dem ziemlich viele Fälle fallen und den finde ich besonders interessant, ist ein Bereich, wo es um konstruktive Formen von digitalem Ungehorsam geht. Das heißt, dass neue Infrastruktur im Netz gebaut wird und ein wunderschönes Beispiel dafür ist die Software, die wir heute vielleicht alle kennen, PGP, Pretty Good Privacy. Das ist die Software, die man nutzen kann, um seine E-Mails zu verschlüsseln und entwickelt hat die Phil Zimmerman vor 25 Jahren. Der hat nämlich diese Software gebaut und weil wir, wir erinnern uns, Munition, Kryptografischer Code war immer noch als Munition verboten zu verbreiten. Er hat das über das Internet zugänglich gemacht, damit hat er sich strafbar gemacht und es gab einen Prozess. Er wurde dann freigesprochen, aber eigentlich nur deswegen, weil man ihm das nicht nachweisen konnte, dass er es über das Internet verbreitet hat. Aber er hat diese Software entwickelt und damit hat er im Grunde ein Stück Infrastruktur neu gebaut, was irgendwo ein Stück ungehorsame Infrastruktur geworden ist. So, nachdem ich jetzt mich mit der Praxis weiter auseinandergesetzt hatte und das bezeichne ich erstmal als digitalen Ungehorsam, dann kam die Frage, was davon ist denn jetzt eigentlich ziviler Ungehorsam und damit musste ich erstmal weiter zur Theorie. Das ist meine Theoriebrille, das ist tatsächlich meine Brille, ich bin nämlich sehr kurzsichtig und habe mir erstmal angeguckt, was gibt es denn da für Theorien, mit denen ich mich auseinandersetzen könnte. Da gibt es vor allem eine, das ist die liberale Theorie von John Rawls, die aber ein sehr restriktives Modell von zivilem Ungehorsam vorschlägt und ich habe ja da so ein bisschen reingeguckt und gemerkt, also eigentlich findet man kaum Beispiele, die dieser Definition standhalten und habe mich nach einer Alternative umgesehen und bin auf andere Ansätze gestoßen, wie zum Beispiel jene von Hannah Arendt und Michael Walter. Und mit auf dem Rücken quasi dieser Philosophen bin ich zu einem Verständnis von zivilem Ungehorsam gekommen, was sagt, es geht erstmal um einen absichtlichen Konflikt mit dem Recht, den jemand begeht. Es ist aber ein prinzipienbasierter Akt, das heißt, es geht um einen Akt, der nicht nur mit meinen persönlichen Interessen zu tun hat, sondern ich muss Prinzipien haben, die teilbar sind mit meinen Mitbürgern, die ich denen mitteilen kann. Und es geht um einen intersubjektiven Akt, also in einem kollektiven Sinne, für ein kollektives Gut muss mein Akt eintreten. Und wichtig ist auch, mein Akt muss eine kommunikative Absicht mit sich bringen, das heißt, ich mache das nicht im Stillen vor mich hin, sondern ich kommuniziere mit meinen Mitbürgern darüber, warum ich das mache. Und das ist auch noch wichtig, es geht darum, eine politische Maßnahme im weitesten Sinne zu beeinflussen, kritisieren oder verändern. Und dieses im weitesten Sinne ist deswegen wichtig, weil in einem bisherigen Verständnis ging es nur darum, staatliche Maßnahmen zu kritisieren. In dem Verständnis, wofür ich einstehe, geht es aber auch darum, dass zum Beispiel Unternehmen kritisiert werden können, wo keine anderen Einflussmöglichkeiten bestehen, wo ziviler Ungehorsam, und das findet im Digitalen tatsächlich sehr oft statt, sich gegen Unternehmen richtet und nicht gegen staatliche Gesetze zum Beispiel. So, dann kommt der letzte Schritt meiner Arbeit und der sieht so aus, dass ich die Praxis mit der Theorie quasi verbinde und mir angucke, was hält denn quasi meinem Verständnis stand. Und das schöne Ergebnis war erstmal, es gibt tatsächlich ziemlich viele Beispiele, wo ich sagen würde, das ist ziviler Ungehorsam im Netz und durch digitale Taktiken. Es gibt aber auch ziemlich viele neue Grauzonen und auch neue Herausforderungen. Und da greife ich jetzt mal nur drei raus. Das ist zum Beispiel die Automatisierung von Protest. Also Anonymous zum Beispiel benutzt eine Software, mit der sie die das Aktion automatisiert. Da müssen wir uns fragen, wenn wir politischen Protest automatisieren, wie selbstbestimmt ist das eigentlich noch? Wie sehr können wir die Einzelnen dafür verantwortlich machen und wie sehr ist das ein technischer Akteur, der plötzlich Teil eines Protestes wird? Oder auch die Anonymisierung. Also inwiefern kann ziviler Ungehorsam anonym ausgeübt werden oder unter welchen Bedingungen finden wir das okay als Gesellschaft? Und das letzte ist auch noch der Punkt der Technokratie. Also die Idee, dass technische Lösungen politische Probleme angehen können. Und ich glaube, dass es also ein großer Fehlschluss ist, dass eine technische Applikation direkt ein politisches Problem lösen kann. Genau. Und letztlich ist es, was wir insgesamt beobachten können und ich glaube, ich so als wichtige These mit aus meiner Arbeit nehme, dass es gar nicht mehr so sehr um Nötigung geht. Das war bis jetzt das Gesetz, wofür sich Zivilungehorsame in der analogen Welt verantworten müssten, wenn sie zum Beispiel eine SIS-Blockade geplant haben, sondern es geht vielmehr um sehr konstruktive Akte des Ungehorsams und um ganz andere Gesetzeslagen, die für digitalen Ungehorsam plötzlich relevant und interessant werden und in denen ein ziemlich großes Potenzial steckt mit völlig neuen Akteuren und völlig neuen Anliegen, die aber politisch ziemlich großen Wandel anstoßen können. Das war erst mal mein Vortrag. Vielen Dank. Vielen Dank.